Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär und wir machen uns heute einen leckeren Cevapcici-Reistopf. Das Ganze im Dutch Oven. Was wir alles brauchen, wie das geht, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Das genaue Rezept und die Mengen findet ihr wie immer ausführlich unten in der Videobeschreibung. Die Zutaten dazu, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Da benötigen wir heute, da haben wir hier einmal frische Tomaten und Paprikaschoten. Dann haben wir hier ein bisschen Eiver. Wir brauchen ein paar Erbsen, Zwiebeln und Knoblauch, der versteckt sich hier vorne. Salz, Pfeffer brauchen wir. Hier hinten haben wir einen Gemüsefond. Hier vorne haben wir etwas Reis. Und hier hinten haben wir für unsere Cevapcici die fertige Hackfleischmasse. Und wie ihr euch die Hackfleischmasse für die Cevapcici macht, das könnt ihr euch jetzt angucken. Da benötigen wir einmal Hackfleisch. In der Regel sollten das Rind und Lamm sein. Das heißt 70% Rind, 30% davon dann Lamm. Wenn man das nicht bekommt, so wie bei mir jetzt, kann man auch Rind und Schwein nehmen in demselben Verhältnis. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer, hier haben wir ein bisschen Natron und hier vorne haben wir Knoblauchwasser. Und dieses Knoblauchwasser, das müsst ihr euch selbst herstellen. Dazu nehmt ihr einfach die Menge an Knoblauchzehen, die für das Rezept benötigt werden. Und das Wasser, was für das Rezept benötigt wird, kocht das einmal richtig schön auf. Stellt es beiseite, lasst es abkühlen. Dann nehmt ihr das, schüttet das durch ein Sieb und dann habt ihr das Ergebnis hier. So, und für unsere Hackmasse, dass wir die fertig kriegen, hui, das war eine Wespe. Dann nehmen wir uns hier das Salz, geben das dazu. Dann den Pfeffer. Dann geben wir noch das Natron dazu. Und zum Schluss unser Knoblauchwasser. Und dann ist es wie immer, wir nehmen die Hand, kneten das richtig schön durch, bis es eine gescheite Bindung hat und alles gut miteinander vermengt ist. Und jetzt, wo unsere Hackfleischmasse dann richtig schön verknetet ist, werden wir die nehmen, in den Kühlschrank stellen. Denn das Ganze sollte man immer einen Tag vorher machen, damit sich die Aromen von dem Knoblauch etc. alles entfalten können, dass Natron arbeiten kann. Deswegen nehme ich es jetzt, decke es ab und morgen geht es dann weiter. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie ihr euch die Hackfleischmasse herstellt. Das soll auch ein Original-Chewapchichi-Rezept sein. Dazu komme ich aber später noch. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen was schnippeln. Da werden wir hier mit unseren Tomaten anfangen. Wir werden uns die einmal halbieren. Dann wie immer erstmal den Strunk ausmachen. Und wenn wir den raus haben, nehmen wir jeweils die Hälften und werden die dann nochmal, ich sage es mal, sechsteln. Nach den Tomaten kommen wir zu den Zwiebeln und dem Knoblauch. Da werden wir uns zuerst die Zwiebeln nehmen, die werden wir uns halbieren. Und dann schneiden wir uns einfach hier so Halbringe runter. Und den Knoblauch, den werden wir uns auch einfach nur ganz fein hacken. Zum Schluss müssen wir uns jetzt mal hier um unsere Paprika kümmern. Da werden wir als erstes mal das Kerngehäuse raus machen. Dann werden wir diese halbieren. Beziehungsweise vierteln. Und die Viertelstücke, die werden dann einfach nur einmal halbiert. Und dann schneiden wir uns hier solche Stücke raus. Das reicht dann auch. Mit dem Schnippeln sind wir endlich durch. Jetzt können wir uns um unsere Cevapcici kümmern, dass wir die in Form bringen. Dazu habe ich hier ein kleines Gadget zugesendet bekommen, um das zu testen. Das ist der Cevapo Maker. Soll die schnellste Cevapcici Presse aller Zeiten sein. Da soll man, so wie es hier hinten drauf steht, 30 Stück innerhalb von 5 Minuten rausdrücken können. Hier haben wir dann einmal die Umverpackung. Da steht drauf, dass das Ganze BPA-frei ist und lebensmittelecht, dass es in der Spülmaschine gemacht werden kann. Robust, handlich, hält ein Leben lang und so weiter und so fort. Und dass man halt auch wirklich 30 Cevapcici in nicht mal 5 Minuten machen kann. Dann steht an der Seite nochmal, was man noch alle machen kann, wie Gnocchi, Kroketten. Klar für Cevapcici. So sieht das Ganze von vorne aus. Cevapcici heißt das gute Stück. Das bekommt ihr bei Amazon. Den Link dazu werde ich euch unten in die Videobeschreibung packen, falls Interesse besteht. Dann kommen wir zum Produkt selber. Das nehme ich jetzt erstmal auseinander, stelle das so hier hin. Da haben wir hier einmal unseren Zylinder. Da werden wir unsere Hackmasse reinmachen. Dann kommt der Kolben hinten drauf. Und dann können wir das Ganze so nehmen, drücken und vorne kommen dann unsere fertigen Cevapcici drauf. Und sind wir dann am Ende angekommen, gibt es hier noch so ein kleines Gadget. Man kann drücken. Das heißt, so kriegt man die Hackmasse komplett raus. Das werden wir uns aber gleich nochmal im praktischen Part anschauen. Dann haben wir hier noch eine Anleitung bei mit drei Rezepten. Einmal Original Cevapcici. Hiernach haben wir dann auch jetzt diese gemacht, die wir hier stehen haben. Das Einzige, ich habe halt kein Lammfleisch bekommen, deswegen ist es bei mir Rind und Schwein. Kann man auch nehmen, alternativ steht es sogar hier bei. Dann haben wir hier hinten nochmal Fitness Cevapcici, Low Carb und dann nochmal Vegetarische. Aber jetzt werden wir das Gerät mal testen. Da werden wir uns zuerst hier den Zylinder nehmen. Dann hier Hackmasse geben die hier rein. Drücken die schon mal schön an, dass die einigermaßen luftdicht da drin ist. Man kann das Ganze jetzt auch mit der Hand machen, aber ich mache es nicht, weil sonst saue ich das gleich richtig voll. Und ich muss auch noch die Kamera bedienen und alles. Deswegen nehme ich jetzt einen Löffel zum Einfüllen. Wie gesagt, wir drücken das richtig schön rein, dass unsere Masse bis oben abschließt. Das Überschüssige machen wir nochmal weg. Das sollte genügen. Man sieht auch schon, hier unten lichts an. Auch, Wespe, geh weg. Dann nehmen wir es, stellen uns das so hier hin, setzen uns hinten den Kolben schon mal drauf. So, bis er passt. Das tut er. Dann drücken wir schon mal ein bisschen vor. Und ich hoffe, man kann es sehen. Unsere Schewapcici kommen jetzt hier so spielend leicht da raus. Das war es sogar schon. Jetzt drücken wir hinten den Zylinder. Und ihr seht, die fallen alle fast von alleine ab. Dann haben wir sie fertig. Das hat dann diese Größe. Kann man so machen. Ich persönlich finde das zu groß. Deswegen werde ich die hier in der Mitte noch einmal teilen. Weil so sind die besser für meinen Topf. Ich habe es jetzt nochmal ein zweites Mal voll gemacht. Auch hier können wir dann nochmal drücken. Und wenn ihr dann merkt, ihr habt jetzt hier diese Länge, wie ihr die haben wollt. Könnt ihr euch hier so einen Schlesiger nehmen. Dann einfach abmachen. Und dann habt ihr auch die Länge, die ihr benötigt. So braucht ihr die hinterher nicht teilen. Was jetzt schneller ist, müsst ihr ausprobieren. Aber so haben wir dann unsere Chewapcici fertig vorbereitet. Und ich muss echt sagen, das geht wirklich ratzfatz. Auffüllen, rausdrücken, fertig. Und man hat dann wirklich hier so annähernd gleiche Chewapcici. Ich habe sie dann auch gerade mal nachgezählt, die jetzt hier auf dem Tablett liegen. Das sind 28 Stück, also mit den 30 in 5 Minuten. Das kommt dicke hin, denn die haben wir hier mit Filmen noch nicht mal gebraucht. Ich finde das hier ein richtig tolles Gadget für die Küche. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Macht richtig Laune. Und man hat wirklich die gleichmäßigsten Chewapcici, die man sich vorstellen kann. Klar gibt es da draußen auch wieder Experten, die sagen, so einen Quatsch brauche ich nicht. Denn ich mache die in der Hand genauso formgleich bzw. schnell wie du mit dem Gerät. Finde ich auch okay. Könnt ihr gerne machen. Dennoch möchte ich dreien von euch die Möglichkeit geben, auch dieses Gerät hier zu testen. Denn ich werde drei Stück verlosen. Was ihr genau dafür machen müsst, das erfahrt ihr jetzt dann am Ende vom Video. Ich werde jetzt die restlichen Chewapcici fertig machen. Und dann sehen wir uns am Dutch Oven wieder. Da wären wir dann am Dutch Oven-Tisch. Ich habe jetzt hier einen halben Anzündkamin an Kohlen durchgeglüht. Die werden wir jetzt hier drauf verteilen. Dann werden wir uns die Kohlen hier so ein bisschen verteilen. Das muss auch gar nicht so 200%ig sein. Dann nehmen wir uns den Dutch Oven. Stellen den hier drauf. Ich nutze heute wieder meinen DU 9A von Barbecue Toro. Das ist ein 9er Dutch Oven. Wenn einer Interesse an so einem hat, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Da ist auch gleich ein Link dazu dabei mit einem Rabattcode für euch, wo ihr 10% bei Barbecue Toro spart auf den ersten Einkauf. Jetzt lassen wir den Topf aber erstmal auf Temperatur kommen. Nachdem der Topf dann jetzt ein bisschen Temperatur bekommen hat, werden wir hier so ein bisschen Öl nehmen. Das reingeben und auch das lassen wir erstmal ein bisschen heiß werden. Und jetzt wo das Öl dann heiß ist, nehmen wir uns unsere Cevapcici. Geben die schön in den heißen Topf rein. Alternativ könnt ihr die auch vorher auf dem Grill grillen. Aber das hier ist jetzt bequemer. Dann werden wir die jetzt portionsweise fertig anbraten, dass sie rundherum schön Farbe haben. Die erste Ladung haben wir dann angebraten. Die können wir jetzt rausnehmen. Ich habe mir hier so ein Tablett genommen mit Küchenpapier, dass das Fett, was jetzt noch dran ist, ein bisschen abtropft. Nachdem wir unsere Cevapcici dann angebraten haben, nehmen wir jetzt die Zwiebeln. Die werden wir jetzt ein bisschen anbraten. Nachdem die Zwiebeln jetzt hier schon so ein bisschen Farbe haben und auch schon glasig sind, kommen dann die Paprika dazu. Und auch die werden wir erstmal schön mit hinbraten. Jetzt kommt der Knoblauch dazu. Nachdem braten wir kurz mit an. Jetzt geben wir unseren Reis dazu. Der ist übrigens nicht vorgebrocht. Den werden wir jetzt so lange mit anbraten, bis wir merken, dass wir wirklich gar keine Flüssigkeit mehr hier drin haben. Die soll der nämlich jetzt schön ziehen. Würde ich darauf achten, dass er nicht anbrennt unten. Jetzt fängt er an, unten anzuhängen. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir dann auch gleich die Tomaten dazu geben. Die dem Ganzen wieder so ein bisschen Flüssigkeit geben. Und auch da warten wir wieder ein paar Minütchen ab. Und jetzt fangen wir an, das Ganze mit Brühe oder beziehungsweise unserem Gemüsefond aufzugießen. Da gebt am Anfang bitte nicht alles rein, sondern erstmal nur ein Teil. Weil der Reis soll die Möglichkeit haben, den zu ziehen, damit das Ganze nachher nicht so flüssig ist. Und wenn wir das haben, können wir auch gleich das Eiwelle dazugeben. Oder den Eiwelle dazugeben. Auch den rühren wir schön unter. Dann machen wir gleich den Deckel drauf, warten bis es köchelt und sollte uns die Flüssigkeit abhanden kommen. Dann werden wir natürlich nachgießen. Aber so wie das jetzt aussieht, reicht uns das. Und jetzt warten wir erstmal, bis es anfängt zu köcheln. So, jetzt gucken wir mal rein. Ihr seht, mittlerweile köchelt das Ganze gut. Jetzt müssen wir wie gesagt nur warten, bis unser Reis gescheit andickt. Dazu werde ich mir aber jetzt erstmal einen Löffel nehmen und mal probieren. Oh ja, das ist schon gut. Fehlt nur noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das geben wir jetzt schon mal dran. Jetzt werde ich noch einmal probieren. Jetzt wieder so ein bisschen was hier so drauf und Tomate weg. Jawohl, jetzt ist es gut. Jetzt werden wir dann auch gleich noch die Erbsen dazu tun. Und auch die rühren wir unter. Und jetzt geben wir dem Ganzen noch mal so 10 Minuten, dass es schön vor sich hin köcheln kann, sodass der Reis richtig quellen kann. Und dann geben wir noch die Chewapjicci dazu, dass die noch einmal mit erwärmt. Und dann ist unser, ich nenne es mal schnell, Chewapjicci Reistopf auch schon fertig. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo man sieht, dass die Flüssigkeit fast weg ist. Wir haben nicht mehr viel, deswegen lasse ich jetzt den Deckel mal auf. Beobachte das. Jetzt werden wir unsere Chewapjicci nehmen. Werden die dazu tun. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Flüssigkeit muss ich keine mehr dazu geben. Ich habe gerade den Reis probiert. Der hat noch ein bisschen Biss, so wie wir das mögen. Jetzt werde ich mir aber hier mal die Kelle nehmen. Ein bisschen was von dem Reis machen. Dann natürlich noch von den Chewapjicci. Und dann wird jetzt aber wirklich probiert. Damit werden wir dann durch. Hier steht das Ganze. So schaut es aus. Ihr seht, man kann alles noch erkennen. Die Chewapjicci, den Reis, das Gemüse. Aber es hilft nichts. Chewapjicci machen wir erstmal beiseite und probieren unseren Reis. Da sage ich zum Wohl. Gepustet habe ich schon. Also diesen Reis so zu machen, das ist einfach nur göttlich. Geschmacklich ist das einfach mega mäßig. Mit den wenigen Zutaten, die wir hier genutzt haben. Das bisschen Knoblauch, die Zwiebeln, Paprika, Tomate. Dann hinterher noch das Eiwelle, was wir dran gemacht haben. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine leicht süße Note. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt an dem Reis, ist der Pfiff. Da könnte man vielleicht noch eine Chili mit dran schneiden. Oder die Hälfte Eiver mild nehmen oder scharf. Aber so wie der ist, kann ich euch nur sagen, der Reis, das ist einfach mega mäßig. Alleine deswegen lohnt sich das, das schon zu machen. Dann haben wir natürlich noch unsere Chewapjicci. Die ich so, wie wir sie heute gemacht haben, noch nie gemacht habe. Da werde ich aber vorsichtig mal pusten. Alter. Jetzt ohne Flax. Das sind die besten Chewapjicci, die ich selber so zubereitet habe. Wir haben sie vorher schon immer mal gemacht. Aber so wie man sie halt macht. Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch hin und her und fertig. Aber so wie die jetzt sind, kennt man sie wirklich, wenn man sie irgendwo in Kroatien isst. Beziehungsweise wenn man sie fertig im Laden kauft. Die haben diesen richtig schönen festen Biss. Die zerbröseln nicht. Ich denke mal, das haben wir erreicht. Dadurch war, dass wir den... Jetzt bin ich durch. Dass wir das Natron da dran gegeben haben. Dadurch kommt das. Dass wir dann so einen leichten Biss, ich sag mal, dieses Gummiartige haben. Aber vom Geschmack her mit dem bisschen Salz, Pfeffer und dann dieses Knoblauchwasser. Das ist echt über Nacht so da reingezogen. Das ist echt der Oberknaller. Da kann ich euch wirklich nur sagen, macht das so nach und ihr werdet echt belohnt für dieses Gericht. Und dazu ist es auch noch richtig schnell gemacht. Alles in allem hat das jetzt noch nicht mal eine Stunde gedauert. Da waren wir fertig und wie gesagt, hammermäßig. So, dann hätten wir es heute auch schon wieder. Es war richtig, richtig lecker. Wie eben schon gesagt, macht es nach und ihr werdet belohnt. Dann kommen wir noch mal zum Chewapo Maker selber. Das hier ist ein richtig tolles Gadget in der Küche. Es geht wirklich richtig, richtig schnell. Das Rezept, was dabei ist, ist auch megamäßig. Die anderen zwei, die werde ich natürlich auch noch mal probieren. Vielleicht sogar vor Filmen. Dass wir mal so ein Low Carb bzw. Veggie Chewapjicci machen. So, wie es hier drin ist, ist das wirklich ein Spitzengerät. Wie eben schon erwähnt, wenn einer Interesse hat, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann, wie auch eben schon angekündigt, können drei von euch so einen Gewinn bzw. dann auch testen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach unten in die Kommentare. Hashtag Chewapo Maker schreiben. Das wieder komplett alles durch. Hashtag und dann hier, wie es hier steht, Chewapo Maker. Dann seid ihr im Lostopf. Dann schreibt auch noch bitte dabei, was ihr damit machen wollt. Außer Chewapo Maker, da ja Kroketten und Sonstiges auch damit geht. Oder wie ihr euer Chewapo Maker damit zubereitet. Das wäre auch ganz cool. Ja, dann sind wir für heute durch. Ach, gar nicht wahr. Jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Wann endet das Gewinnspiel? Das schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Denn jetzt weiß ich noch nicht, wann ich das Video veröffentliche. Denn ich habe immer so einen leichten Vorlauf und habe was vorgedreht. Wenn es kommt, seht das ja. Und dann steht unten in der Videobeschreibung, wann Ablauf ist und wann ausgelost wird. So, jetzt haben wir es aber wirklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Dann über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, dann hier oben mein Logo anklicken, Glocke aktivieren, glücklich sein. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao. Coolest Ding.